Wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High-Return-Off-Market-Strategy. Heute meihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off-Market-Real-Estate-Deals und Club-Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High-Return-Off-Market-Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High-Return-Off-Market-Strategy kennen. Herr Dario Bertha, ehemaliger Direktor bei UBS und Off-Market-Immobilien-Experte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Es freut mich ausserordentlich, heute einen dermassen ausgewiesenen Immobilien-Experten hier zu haben, wie Herrn Dario Bertha. Er ist Experte für Off-Market-Immobilien-Transaktionen, also für Transaktionen, die nicht über die offiziellen Vertriebskanäle ablaufen. Dario, warum werden Immobilien ausserhalb der normalen Vertriebskanäle angeboten, wenn es doch Internet gibt, die diversen Immobilienforen, Immobilienagenturen? Wieso wird das Off-Market gemacht und was ist genau Off-Market? Off-Market-Immobilien oder Immobilientransaktionen handelt es sich um Immobilien, die eben, wie du genau richtig gesagt hast, nicht über die traditionellen Vertriebskanäle angeboten werden, wie Internet oder Zeitschriften oder über Insertionen in diversen Medien. Das sind Immobilien, die nur an einen sehr ausgesuchten Kreis von potenziellen Käufern angeboten werden. Ein sehr ausgesuchter Kreis von Käufern. Absolut, absolut. Je nach Prominenz der Immobilie oder Lage der Immobilie oder auch Grössenordnung der Transaktion ist das immer ein natürlich anderer Kreis von potenziellen Käufern. Spezifisch bietet man das nur einer ganz selektionierten Gruppe an, damit die Immobilie spezifisch nicht am Markt kursiert und daher Wertminderungen erfahren muss. Damit man sicher ist, dass die Immobilie nicht an Wert verliert, wird sie an ausgesuchte Adressen offeriert. Was sind das für ausgesuchte Adressen, Dario? Wer ist das? Wer sind diese Interessenten, worauf man sich verlassen kann, dass sie mit den Immobilien keinen Schaden anrichten? Das sind natürlich primär die grossen schweizerischen Institute, die eigentlich jeder kennt. Aber trotz allem, wenn man sie glaubt auch zu kennen, gibt es immer verschiedene Eintrittspunkte in diese institutionelle Kundschaft. Und je nachdem kann man auch eine Immobilie am falschen Ort platzieren, in einem grossen institutionellen Betrieb und dadurch von Anfang an den Verkaufsprozess behindern. Das will ich mal betonen. Zweitens und vornehmlich im Fall von Caputo und Affinity sind es Family Offices. Meistens bevorzugen wir Single Family Offices, wo hinter diesen Single Family Offices stehen sehr vermögende Privatkunden, die häufig nicht in Erscheinung treten wollen, aber gerade internationale Kundschaft hat einen grossen Appetit auf Off-Market-Gewerbeimmobilien in der Schweiz und das zu Recht, weil sie generieren stabile Renditen in einem sehr stabilen Land, in einem wirtschaftlichen Kontext, der sehr konservativ ist und konstante Renditen garantiert. Vor allem in letzter Zeit hat sich ein Trend abgezeichnet, dass vermehrt Family Offices von der ganzen Welt sich in der Schweiz niedergelassen haben. Das sind Family Offices, die die Vermögen, enorme Vermögen betreuen von internationalen Familien und diese Vermögen werden hier in der Schweiz administriert. Kannst du das bestätigen, dass wir einen Trend haben, dass immer mehr Family Offices in die Schweiz kommen, London verlassen und in die Schweiz kommen? Was sind so die Vorteile, die die Schweiz überhaupt diesen Family Office bietet und warum sind solche Family Offices auf Immobilien so erpicht? Warum mögen sie Immobilien? Zum ersten Teil deiner Frage, wir sind natürlich überaus glücklich, dass sich immer mehr Family Offices in Zürich, Lausanne, Genf oder auch Zug, hat es sehr, sehr viele, ansiedeln, weil das ist ein positiver Aspekt, den wir in letzter Zeit feststellen. Die Schweiz bietet politische Stabilität, hat einen starken Schweizer Franken, die Rechtslage ist eine Rechtssicherheit, genau, vielen Dank Enzo. Die Rechtssicherheit ist gewährleistet und das lieben diese Family Offices, das Abgehörigen davon, gute Schulen und das ganze Netzwerk. Gutes Personal, gutes Personal, multilingual. Das ganze Netzwerk. Das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, nachdem unsere Banken natürlich in den letzten zehn Jahren nur noch leiden und obwohl sie da positive Stimmung verbreiten, natürlich eher zu den Verlierern zählen, wenn man sieht, wie sich auch die Assets an den Managementen befinden. Ganz interessanter Punkt dieser, ganz interessanter Punkt, weil mit Classic Swiss Asset Management lassen sich nicht mehr so gute Renditen erzielen wie früher, darum sind natürlich die Immobilien ein begehrtes Objekt geworden. Absolut. Wir wissen ganz genau, welche Family Offices, welche Präferenzen am Immobilienmarkt haben. Sie bevorzugen meistens Direktanlagen in Immobilien, sie schauen sich weniger Immobilienfonds an, was für den Verkäufer sehr positiv ist. Sie entscheiden sehr schnell, also in der Regel, wenn sie sämtliche Dokumentationen haben und nach meiner üblichen Besichtigung ist dieser Prozess im Vergleich zu grossen institutionellen Kunden wesentlich schneller. Und die Bonität ist bei den Family Offices, die wir hier frequentieren und sehr gut kennen zum Teil, ist keine Fremdfinanzierung von Nerzen. Das heißt, man verliert auch nicht die Zeit, zuerst zu einer Schweizer Bank zu gehen und nach einer Finanzierung zu fragen, sondern sie können sich den Luxus erlauben, dass die Finanzierung erst in den darauffolgenden Monaten nach der Eigentumsübertragung im Grundbuch vonstatten geht und zum Teil sehr moderate Finanzierungen gewählt werden, weil sie halt zu viel Liquidität haben. Sehr attraktiv. Das ist natürlich sehr attraktiv für unsere Kundschaft. Also wenn sie beispielsweise eine Gewerbeimmobilie haben und sie diese zu uns bringen, können wir den Deal schnellstmöglichst abwickeln. Aus genau den Gründen, die Dario vorhin erwähnt hat. Und wir können ihnen versichern, sie werden den maximalen Preis erzielen. Stimmt das? Absolut. Kann ich dir absolut zustimmen. Derzeit stellen wir einen sehr grossen Appetit für Gewerbeimmobilien fest, aber auch für Spezialimmobilien, die im Gewerbeimmobiliensektor angesiedelt sind. Sprich Logistik ist ein sehr spannendes Thema, wo man durchaus ein bis zwei Prozent mehr Rendite erwirtschaften kann als Eigentümer. Aber auch ganz spezifische Themen wie Parkgaragen sind interessant. Themenparks, Freizeitparks, Kinderfreizeitparks. Ein ganz neuer Trend, Kinderfreizeitparks, Altersheime, Studentenheime. Absolut. Was gibt es noch? Also Altersheime, Studentenwohnheime sind sehr spannend, aber auch Kombinationen von Alters- und Studentenwohnheimen. Ganz neue Formen des Zusammenlebens, dass man die eigentlich die Jüngsten und die Ältesten in mehreren Generationen vereint. Sehr interessant. Und diese Konzepte aus unserer Erfahrung erwirtschaften mehr Rendite in einem Markt, der sehr, sehr tiefe Renditen erzielt. Sprechen wir von Zahlen. Was sind das für Renditen? Ein paar Beispiele. Also wir haben durchaus festgestellt, dass man mit Spezialthemen bis zu 7,7 Prozent Bruttorenditen erwirtschaften kann. Im Schweizer Franken. Was natürlich sehr interessant ist für unsere internationale Kundschaft. Ausserordentlich eure Renditen, Sie sehen. Und diese Renditen sind nicht marktbezogen. Sie sind nicht abhängig von den Börsenmärkten. Sie sind losgelöst. Absolut. Kann man das so sagen? Ja, gut. In einer so komplizierten Welt, wie sie heute leben, ist alles miteinander verbunden. Aber in einem funktionierenden Markt ist die Korrelation derzeit immer noch relativ gering zwischen Immobilienmarkt und Börse natürlich. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu Ihrem Objekt massgeschneidert passen. Nur damit garantieren Sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir, wählen Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.